Hallo zusammen, mein Name ist Lukas und ich schauspielere leidenschaftlich gerne und werde im Film oder in der Werbung meistens in einem Spielalter von 28 bis 38 gesetzt. Besonders wohl fühle ich mich in den Rollen des Handwerkers, des jungen Vaters oder auch als Businessman, aber bin natürlich auch bereit für jede neue Herausforderung. In meiner Freizeit gehe ich gerne und oft zu einem nahegelegenen Schloss bei mir in der Nähe, wo ich gerne Freunde treffe oder singe, weil ich eine dreijährige Gesangsausbildung als Tenor besitze. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Set sehen. Bis bald! Tschüss!